ARD Text im Auftrag von Funk Sie haben gepasst. Marco? Hey, meine lieben Subscribers. Ich bin einer der ersten 9'000 Leute, die das Hightech-Teil ausprobieren. Und jetzt setze ich mir so einen Chip in meinen Kopf. Spinnschick. Der Vorgang ist abgeschlossen. Nebenwirkungen wie Übelkeit, Kopfschmerzen und Desorientierung sind normal und verklingen nach maximal 24 Stunden. Und? Funktioniert's? Du hast dich mega verändert. Zum ersten Mal fühle ich mich nicht alleine. Wir sind Tausende. Wir sind verbunden. Marco? Und wir werden etwas Neues. Etwas Wunderschönes. Dafüroo Wunderschönes. 읽on sich moon. Dijk uns mal auf. Wunderschönes. Vielen Dank.